Hallo zusammen, guten Morgen, alles klar? Ja, bei Ihnen. Also, wie gesagt, wir machen den Couscous-Salat dazu. Ich bin die Nauras Hassan, bin 24 Jahre alt. Wir sind Azubis im Gastronomischen Bildungszentrum. Also mit sieben bin ich aus dem Irak und mit 13 bin ich hierhin gekommen. Mir war alles hier sehr neu. Die Kultur, die Menschen, das Essen. Ja, und ich musste von null anfangen. Schicken, haben die Petersilie geschickt, weil das sieht auch genauso aus wie Koriander. Ich kannte keine Sprache. Ich hatte keine Freunde hier. Musstest du auch erstmal von links nach rechts? Genau, ich musste mich überhaupt komplett umorientieren. In der Schule habe ich nichts verstanden. Ich bin Ebrahim Agam, ich bin 29 Jahre alt. Kann ich die so stehen lassen und die Soße machen? Nach der Schule hatte ich auch keine Arbeitserlaubnis jahrelang. Und das war schon deprimierend und sehr schwierig. Ich bin auf dem Projekt durch meine Arbeitsvermittlerin im Jobcenter mit drauf gekommen. Die hat mir das angeboten und ich war erstmal skeptisch, weil es hat sich alles so gut angehört. Mit Frankreich einmal vier Wochen, einmal sechs Wochen offen. Zu schön normal zu sein? Genau. Das Beste, was ich außer Kochen gelernt habe, ist interkulturelle Unterschiede. Für mich war es super. Und ja, die Aufenthalte, dass man allein auf eigenen Beinen zum Teil stehen musste. Ja. In Fremdenland. Selbstständigkeit. Selbstständigkeit, genau. Ich habe meine Leidenschaft erst gefunden, als ich hier angefangen habe mit Praktikum. Und dann nach Frankreich. Ja, ich habe dort und hier Sachen gesehen, die ich sonst nie gesehen hatte. Und ich möchte so weit kommen, wie möglich. Vielleicht irgendwann Sterne kochen und erühmt werden. Wer weiß. Wartet schon auf mich. Das Kochen ist meine Zukunft. Jetzt steht mir mittlerweile fast alles offen. Ich stehe mit beiden Beinen auf. Nicht mit einem, sondern mit beiden. Wir können so weit wie möglich gehen. Und uns steht nichts im Weg.